Was ist ein Fotoeskapaden? Geldschein. Der Rubel rollt nicht, er flattert. Niemand in Moskau zahlt in Münzen. Fotosafari. Ein Wunder, dass ich nie verhaftet worden bin. Während ich in Kapstadt oder Budapest schon vom Wachpersonal wegen auffälligen Verhaltens im Supermarkt eskortiert worden bin, hat sich in Moskau niemand für meine Fotoeskapaden interessiert. Vielleicht täusche ich mich aber auch und ich wurde die ganze Zeit beschattet und habe es einfach nicht bemerkt. Automatisieren. In Moskau sitzt am Fuße jeder Rolltreppe eine uniformierte Dame in einem kleinen Glaskasten und achtet darauf, dass niemand aus der Rolle fällt. Jedes Ticket wird von mehreren Personen begutachtet, gekennzeichnet und gelocht. Der Hammer aber ist immer noch die behördliche Anmeldung, bei der ein selbst ausgefüllter Handzettel mehrmals gestempelt, beglaubigt und natürlich bezahlt werden muss. Automatisieren. Wer sollte daran verdienen? Eindruck. Mein erster und stärkster Eindruck aus Moskau, die Metrostation der Moskauer Ringbahn. Man setzt sich in die Bahn und steigt an jeder Station aus, bis man einmal um die Stadt gefahren ist. Eine fantastische Zeitreise in die Jahre 1935 bis 1955, die nicht einmal 20 Cent kostet. Meine Lieblingsstationen Elektro-Savotskaya und Novos-Lobotskaya. Danke.